um eine große anzahl von euros bekommt ihr im metastore maestro dem masterclass scherz keine euros spiel ist absolut kostenlos und das ist jetzt absolut genial an dem spiel das spiel ist komplett gratis und das ist sowas von gut einzige kritikpunkt an dem spiel ist wirklich nur dass es so kurz ist das heißt man spielt das tutorial und darf dann auch ein lied spielen und dann war es das eigentlich und die wir jetzt wirklich dann jetzt gleich noch dem video den entwickler mal kurz anschreiben und fragen ob du noch ein paar lieder kommen weil es das spiel ist so gut gemacht das funktioniert wirklich traumhaft also mit das ganze funktioniert mit hand tracking das heißt ich spiele wirklich das ganze spiel mit den händen müsste im tutorial einige sachen machen also einmal lernen wie man eigentlich musik spielt es ist total gut dass es super gemacht dass es funktioniert einwandfrei also ihr müsst sich das wirklich anschauen wie gesagt habt ihr eine quest 123 oder pro funktioniert das spiel bei allen vier systemen und auch auf der pico da habe ich nämlich gesehen vom sascha das ist vor ein paar tag vor zwei tag vorgestellt da habe ich das erste mal gesehen und wollte das unbedingt haben wir noch geärgert dass sie die pico verkauft habe weil ich das ausprobieren wollte und dann habe ich gesagt gut sei dann gibt es ja das spiel für die quest auch wie gesagt einzige wehrmutstropfen ist es ist nur ein lied zum schluss aber es ist total gut gemacht und die wir den entwickler fragen wie es ausschaut ob da noch was nachkommt weil ich weiß nämlich ich glaube sogar dass das ganze also von apple sie jetzt nichts ich glaube dass es sogar offizielle perle am vorhin im spiel hat knapp 800 megabyte von der firma double check und da war jetzt wirklich einmal laufen das gibt es nämlich schon seit august 22 also wirklich schon sehr lange und die muss sagen es funktioniert wirklich gut ich kann nicht sagen wie sofort auf der quest ans geht ich habe leider keine mehr aber bin mir sicher dass es ob der 2 am und frei funktioniert so gut schaut euch das einfach jetzt anfangen und bitte wieder viele bunte daumen ich verlinke natürlich alles spiel und damit ihr es nicht lang suchen müsst kommt jetzt gleich unter einer video beschreibung ja und das war es von mir tschüss papa euer uwe so wir spielen heute maestro de master class ich muss euch sagen ich habe das gestern beim sascha oder vorgestern auf der pico und die war super begeistert dass ich sagte ich muss das auf der quest 3 auch mal ausprobieren so dieses und das spiel unterstützt die handverfolgung es zu verwenden ich muss euch sagen es schaut einfach so gut aus es schaut richtig genial aus das spiel ist gratis komplett kostenlos was setzt ihr im prinzip seien ihr setzt da der dirigent und das macht irrsinnig viel spaß es ist eigentlich ein musik spiel so wie so wie so wie so wie die anderen spiele weil es nur dass man da wieder ein paar andere sachen machen muss man dirigiert halt und das ist so gut gemacht und es gibt zwar allerdings nur ein lied ich habe keine ahnung noch ich werde den entwickler heute noch schreiben warum er da nicht weiter gemacht hat weil für mich war das also der test gestern war der absolute wahnsinn wie ich das erste mal gespielt habe und ich werde euch das ganze jetzt noch einmal vorzeigen wir machen nämlich zuerst die kurze erklärung genau das heißt wir wir machen noch einmal den ersten den ersten das erste tutorial und dann das ganze spiel noch einmal spülen wir noch einmal durch einmal konzert und dann schaut euch das einfach an und ich muss sagen es ist echt sowas von geil so takt stopp haben wir schon jetzt fangen wir mal an mit dem normalen takten zweimal gegen das pult klopfen dann können wir loslegen also da kommt jetzt der pfeil aber und ihr muss genau im richtigen moment ja 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 Dreh dich um, jetzt steht er mit deinem Maestro hinter uns. Gut, Exzellenz, thank you. Bravo. Bravo. Although we don't whistle around here, you must be a new conductor. Welcome. I saw you can use a baton and hopefully you have what it takes to rain in the beast that is a symphonic orchestra. But why not? I'll make sure you'll do well here. I know this house inside out, you see. Anyway, musicians are waiting. Good afternoon, everybody. And thank you for coming in early. Danke, das soll ich los jetzt. All right, no time to waste. Let's see how you give tempo. Probably your most important technique. We shall start with the Rite of Spring by the great Stravinsky. Page... Eric? Yes? Great choice, but not the simplest tempo of this piece. Really not. Maybe something a little easier to warm up on a new conductor. And the winds aren't even here yet. Maybe page 17? Page 17, let me see. Also wir sollen auf Seite 17 schauen. 4, 4, 4, probably easier, yes. Let's see how you give a 4, 4 tempo. Natürlich, kein Problem. Follow the scar with your baton, just like you were doing earlier. Wir machen einen Viervierteltakt. Und das schaut einfach so richtig gut aus. Also die ganzen Leute da sind. Also das ist ein Wahnsinn. Jetzt kommen später noch die ganzen Keure dazu und alles. Das ist so richtig, richtig gut gemacht. Also fangen wir an mit zwei, oder? Wir haben dir die Nase einbauen, so. Okay, page 17. Three, four... Oof! 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 Okay, okay, stop, stop. Ja, a little unexpected, but thank you. Gerne, gerne. Very regular tempo, but your emotions, I think we're missing a little something. The tempo is important, but it isn't everything. You heard that some beats are stronger than others, yes? Well, musicians need to fold together on these notes with intensity. We call that an accent. You will conduct accents with strong muscles from both hands. And make sure you anticipate your gestures, so musicians can prepare. Oh, yes, 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 yes. Please anticipate. Okay. So, wir machen jetzt sozusagen mit beiden Händen. Das müssen wir jetzt machen, so wie es da drinnen steht. Schlagen mit dem Taktstock und zweimal mit beiden Händen um für Bade, also Bade gleichzeitig. Das ist die zweite Übung. Let's pick it back up bar 15, yes? Alright. Let's hear it again. Three, four. Und los geht's. Und los geht's. Und los geht's. Okay. Verse, ich Sharma. Die Dos Gens. Ich K Dream. ciudad pal generale und die Periode. So, das macht so einen Spaß. Machen wir weiter, weiter, weiter. Die Leute wollen ja sehen, wie es funktioniert. Nicole! Wow. Still no singers, but we have everything we need to play jazz. Should be the one too. But no. Tonight, we'll go for something a bit more... ...classical. Now, if your baton gives tempo, your other hand is used to cue musicians, So they know when it is their turn to... Excuse me. Bitte schön. Excuse me, but jazz is actually a music that encourages developing an individual voice. Improvising and being open to different musical possibilities. We think it's great to practice cues. Alright. I got it. Let's play jazz. Gerne, gerne. Which page? 23. Und zwar jetzt machen wir Einsätze, das heißt... So, cue's in the stage of musicians who are not yet playing when to enter or when to resume. Signal cue's with your free hand, pointing in the direction of the musician. Und jetzt ist es so, sozusagen, wenn... Es bildet sich dieser große Kreis und der geht immer weiter zusammen. Und wenn er ganz zusammen ist, dann muss ich ihn dorthin zeigen. Nachdem ich's schon gemacht hab, weiß ich's jetzt schon. Strings, you can take a break. But don't slack around, they are still being paid. Los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wauw. A. Wauw. A. A. Wicht aus! A. 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 und jetzt haben wir eigentlich alles gelernt und jetzt kommt das konzert und da ist jetzt im shot es gibt nur ein lied momentan ja alle gibt es eben das ist leider das einzige und das ist so genial und so gut gemacht es macht richtig spaß und das machen wir jetzt noch durch und dann könnt ihr es ja alles selber ausprobieren schaut mal das an mit einem vollen korr oben und danke 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 ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020